Bevor ich das eigentliche Video beginne, möchte ich auf zwei Sachen zu sprechen kommen. Das erste wäre, ich hoffe, dass der Sound okay ist. Ich bin mit dem aktuellen Labellier-Mic-Setup jetzt nicht so zufrieden, aber momentan ist es leider eben das Beste, was ich machen kann. Und der zweite Punkt ist, der wichtigere, und falls euch der nicht interessiert, könnt ihr das gerne überspringen, und es geht um Folgendes. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, es wird deutlich mehr Lautsprechertests geben dieses Jahr, aber auch schon letztes Jahr, und das ist nicht wirklich passiert. Und das hängt eben mit ein paar Dingen zusammen, wie zum Beispiel, dass ich gemerkt habe aufgrund der ersten Videos, dass die Lautsprechertests Zuschauer, und ich will es heute nicht mal so nennen, ich nenne es eher mal meine Meinung zu dem Lautsprecher, noch kritischer sind als bei Kopfhörertests. Denn ich biete keinerlei Frequenzmessungen, auch keine Sound-Demos, und ich weiß natürlich, dass der Raum einen riesen Einfluss auf den Klang hat, und der ist hier alles andere als ideal. Deswegen macht das natürlich das Einschätzen noch subjektiver, als so ein Lautsprechertest schon sowieso ist. Aber ich denke mal, heute geht das noch halbwegs in Ordnung, da es sich hier, ich würde es eigentlich gerne noch Einsteigerklasse nennen, oder sagen wir mal, gehobene Einsteigerklasse bei 500 Euro fürs Paar. Und deswegen war es für mich einfach ein bisschen schwerer, mich zu überwinden, da ich die Lautsprechert schon vier Monate habe, auch den Test endlich zu machen. Ich brauche definitiv nicht so lange, um mir eine Meinung zu bilden, aber deswegen wäre es auch schön, wenn ihr mir vielleicht in den Kommentaren sagt, ob ihr mehr dieser Tests haben wollt, ob es euch gefällt, auch auf diese Art und Weise, also ohne groß B-Roll und so weiter. Und ich halte diese Sache recht locker, ohne jetzt irgendwie auf zu viele Details einzugehen, was bei der Einstiegsklasse auch meiner Meinung nach Sinn gibt, denn die ganzen Frequenzmessungen, auch wenn ich sie machen würde, bestimmte Begriffe würden euch vielleicht nichts sagen. Ich habe das so in der Vergangenheit gemerkt, dass das einige Leute vielleicht überwältigt. Und was ich euch erkläre, versuche ich euch so leicht verständlich wie möglich zu erklären. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt endlich mal zum Test. Das heißt, der Teufel Ultima 40 MK3 2018, das ist das aktuelle Modell. Ich habe es in etwa schon seit es released wurde. Wie schon gesagt, kosten diese knapp 500 Euro in der passiven Variante. Und es gibt, nur dass ihr das auch noch wisst, und das ist vielleicht auch eine Empfehlung für einige, eine aktive Variante. Und hier schon mal ein Tipp von meiner Seite aus. Falls ihr wisst, Stereo wird das, was ihr euch drauf einschießen werdet, ihr werdet nicht weitergehen und ihr wollt auch so schnell nicht aufrüsten, dann würde ich euch wahrscheinlich empfehlen, greift zu der 800 Euro aktiven Version. Dann habt ihr eigentlich alles. Ihr habt eigentlich die Basisanschlüsse, ihr habt auch Bluetooth Support. Und ihr müsst sie nur noch anschließen und das läuft. Natürlich könntet ihr die Aktiven auch auf ein 4.0 System aufrüsten oder 4.1 System. Aber dann zahlt ihr für den aktiven Part eben mehr, den ihr ja in den Verstärker investieren könntet. Von daher sage ich jetzt auch das, falls ihr die passiven nehmt, dann müsst ihr eben mit einem Verstärker rechnen, der, würde ich mal sagen, wenn er halbwegs vernünftig ist, mal mindestens 500 Euro kostet, dann seid ihr schon über dem Budget im Vergleich zu den aktiven. Habt ihr allerdings schon einen Verstärker oder ihr wisst, ihr wollt auch in der Zukunft aufrüsten, das ist nur so eine Übergangslösung, falls ihr eben mehr Interesse an Sound habt und so weiter, dann macht es durchaus Sinn, sich einen teureren Verstärker zu kaufen. Denn ich denke mal, in einem Preisbereich von um 300 Euro, also die Differenz zu den aktiven, werdet ihr nichts finden, was auch wenn ich jetzt die Aktiven noch nicht gehört habe, was euch dann dieses klangliche Level bringt. Allerdings eben mit einem Stereo-Verstärker oder eben auch mit einem AV-Receiver, seid ihr auf Dauer einfach flexibler, ihr könnt leichter aufrüsten und so weiter. Also behaltet das im Auge. Wenn nur Stereo, würde ich wahrscheinlich zur aktiven Variante greifen, Anschlüsse sollten genug sein und so weiter. Wenn ihr allerdings mehr vorhabt, dann eben, wie hier schon zu sehen, die passiven. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt kurz mal zum Design der Verarbeitung und so weiter. Und hier möchte ich kurz erwähnen, dass ich, als ich sie das erste Mal aus der Box nahm, muss ich sogar sagen, beeindruckt war eben für die Verarbeitung und das Design für den Preis. Denn für 500 Euro bekommt ihr eine wirklich sehr, sehr schöne, gute Verarbeitung, auch gute Materialien. Und natürlich schaut man sich das jetzt genau an, dann ist das in etwa die Verarbeitung, die man bei vielen Möbeln bekommt. Also es ist jetzt nicht die beste Lackierung, es ist jetzt nicht das hochwerteste Material. Aber für den Preis macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Denn ihr müsst einfach überlegen, ich muss sagen, für den Preis habe ich deutlich hässlichere gesehen oder eben nicht so gut verarbeitete. Denn nur mal als kurzen Vergleich, die weißen an der Seite kosten in etwa das Gleiche, sind nur ein Zwei-Wege-System anstatt hier ein Drei-Wege-System. Sie sehen auch meiner Meinung nach nicht so schön aus. Wobei, Aussehen ist natürlich subjektiv. Denn zum Beispiel, mir gefällt es hier recht gut, die weiße Version mit der Abhebung und der schwarzen Kante. Dann eben auch noch der kupferfarbene Treiber hier. Auch mit dem Face-Plug in Aluminium. Sieht schon schön aus. Natürlich alles Geschmackssache. Natürlich gibt es auch, wie schon zu sehen, eben eine Lautsprecherabdeckung. Aber das Ganze für den Preis auch mit den Füßen. Natürlich ist der Lautsprecher auch in schwarz erhältlich. Wobei mir ja schon manche sagten, wer sich denn um Himmels Willen weiße kauft. Ich finde es halt einen schönen Kontrast. Aber wie eben auch der Sound ist, das Design sehr, sehr subjektiv. Und zum Sound komme ich dann später noch. Wobei ich jetzt hier eben auch nicht unbedingt auf die Treiber eingehen will. Denn ich denke mal, in der Einstiegsklasse interessiert das die meisten Leute nicht wirklich. Denn es gibt zwei Wegesysteme, die können durchaus deutlich besser klingen als ein Dreiwegesystem. Oder eben noch mehr. Das, wie es ist, ist, wie es ist. Und ich möchte euch einfach nur sagen, wie der Klang ist. Denn darauf kommt es an. Allerdings, bevor wir noch zu dir kommen, kurz zu der Rückseite. Wir haben hier ein B-Amping-fähiges Terminal. Wobei ich auch hier sagen muss, in dieser Preisklasse macht B-Amping für mich nicht so viel Sinn. Und für alle, die nicht wissen, was B-Amping ist. Es bietet eben die Möglichkeit, die Bässe und dann eben separat zu trennen von den Mitten und Höhen. Damit ihr da eben mehr Kontrolle habt dabei und so weiter. Und ich muss sagen, bei meinen Selbstbaulautsprechern habe ich die Möglichkeit. Denn natürlich muss die Frequenzweiche so abgestimmt sein. Und ich benutze auch echten B-Amping-Betrieb. Was hier wahrscheinlich nicht wirklich der Fall ist. Denn ich denke mal nicht, dass das wirklich aufgesplittet ist. Aber gerade auch in dieser Preisklasse. Stereo-Verstärker bieten das meist sowieso nicht. Die AV-Receiver bieten es zwar mittlerweile. Aber das hat nicht wirklich einen Vorteil. Und B-Amping ist immer noch so eine kontroverse Sache. Manche meinen, es bringt viel. Ich persönlich muss selbst sagen, obwohl ich es schon jahrelang nutze, dass es für mich eher so einen Placebo-Effekt hat. Von daher können wir das außen vor lassen. Wobei ich sage halt mal auch, ich denke mal, es kostet nicht viel mehr, das einzugliedern. Und es vermarktet sich dadurch vielleicht ein bisschen leichter. Also von daher, wieso nicht? Ansonsten haben wir hier noch zwei Bass-Reflex-Rohre. Bass-Reflex-System, denke ich mal, sollte ich jetzt nicht erklären. Das würde das Video ein bisschen von der Zeit sprengen. Das sage ich nur Folgendes. Wenn ihr sie zu nah an der Wand habt und eventuell eben keinen optimalen Raum, könnte der Bass dadurch ein bisschen brummender werden, ein bisschen dröhnender. Dann könnt ihr die Löcher verschließen. Dann würde das wahrscheinlich abnehmen. Dann habt ihr zwar ein paar kleinere Nachteile. Einfach, dass der Bass vielleicht nicht so voll klingt, nicht vielleicht so laut ist. Aber ihr habt zumindest das Dröhnen weg. Wobei ich sagen muss, gerade wenn es um die Aufstellung geht, hier sind diese eigentlich sehr, sehr einfach. Denn ich habe hier nicht allzu viel Platz, wie ihr sehen könnt. Und ich kann leider auch eben meistens nur einen Lautsprecher gleichzeitig testen. Also ich kann nicht zwischen mehreren so locker hin und her wechseln. Aber die hier an der Seite platziert. Stereo-Dreieck war relativ groß. Also der Sweet-Bot. Sie waren relativ leicht. Also einfach nur aufgestellt, leicht in die Mitte gedreht. Hat das alles gepasst. Wirkte harmonisch, wirkte gut. Ich habe nicht wirklich einen Dröhnen, wobei ich nicht so viel Platz drumherum habe. Ich denke mal, da ist der noch relativ human. Von daher aufstellungstechnisch recht leicht. Betriebstechnisch kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Denn ich habe zum Beispiel jetzt einen Cambridge Audio Asyl 851. Kostet knapp 1500 Euro. Ist natürlich Overkill für den hier. Aber das ist eben die Basis, von der ich ausgehen muss. Würde ich jetzt kurz gerne zum Klang kommen. Wobei kurz wäre ja bei einem Neusprecher-Test schon fast ein bisschen untertrieben, wenn man denn das wirklich machen würde. Aber ich beschreibe es mal so für euch, so einfach wie möglich zu verstehen. Und dafür müsst ihr kurz was vorher wissen. Wenn ich Kopfhörer teste, dann will ich einen relativ neutralen Klang. Wobei ich muss, ein bisschen gesoundert habe ich eigentlich relativ gern. Allerdings habe ich da einen relativ gern kraftvollen Bass, aber nicht wirklich zu vollen Bass. Höhen mit recht vielen Details und eher aufgerechnet. Das ist bei Lautsprechern doch ein bisschen anders. Zumindest aus meiner Sicht aus. Denn dort habe ich gerne einen raumfüllenden Klang. Das hat man hier überraschenderweise sehr gut. Dann habe ich auch gerne gar nicht mal so viele Details und definitiv keine Spitzenhöhen. Denn das ist, wenn ich auf dem Sessel sitze und eben Filme gucke, Musik höre, mir fast schon zu anstrengend. Dann will ich im Vergleich zu Kopfhörern eher relaxen und zurücksitzen. Und ich würde sogar sagen, Mainstream-technisch, gerade in der Einstrichsklasse, haben sie hier einen sehr, sehr guten Speedspot getroffen. Also die Balance ist hier wirklich schön. Denn wir haben einen sehr, sehr vollen Warm-Bass. Und okay, natürlich im Vergleich zu den Besten da draußen ist es jetzt nicht der präziseste Bass. Er ist ein bisschen boomy, wobei da hat natürlich immer der Raum was mit zu tun. Wobei auch das wirklich, gerade in dieser Preisklasse, mit meiner schlechten Aufstellung, in diesem schlechten Raum schon wirklich sehr dezent ist. Was eben dafür auch spricht, dass er relativ aufstellungsunkritisch ist. Dann ist der Bass relativ schön voll, wie ich schon gesagt habe. Und er hat jetzt vielleicht nicht allzu viele Details, vielleicht nicht super viel Kontrolle. Aber in der Preisklasse, wenn ich das eben mit ein paar anderen Vergleich, die ich mittlerweile so kennengelernt habe, macht dann wirklich sogar, würde ich sagen, einen herausragenden Job, auf jeden Fall. Mitten machen einen sehr, sehr guten Job. Stimmen klingen sehr, sehr schön voll und warm. Das macht sich gerade bei Filmen bemerkbar, wo eben auch alles schön aus der Mitte kommt. Also man braucht ja absolut nicht unbedingt einen Center dafür. Habt ihr einen wirklich sehr, sehr soften, schönen Klang. Gerade auch im Höhenbereich wirkt es hier absolut nie anstrengend, nie grell. Aber auch wenn ihr jetzt natürlich nicht die meisten Details kriegt und die strahlendsten, klarsten, brillantesten Höhen, ist das für das, was es sein soll, meiner Meinung nach, eben im Mainstream-Markt, wenn ich so die Leute kenne und weiß, was die wollen, wahrscheinlich nahezu ideal. Denn ihr bekommt hier ein bisschen mehr Bass im Vergleich zu dem ganzen Rest. Aber nicht irgendwie übertrieben viel. Also es blutet nicht in den Mitten rein, es wirkt nicht zu voll, es wirkt nicht zu undetiert, es wirkt nicht zu boomy oder zu, würde ich sagen, jugendlich der Klang. Das wirkt ja sehr, sehr schön ausgewogen. Auch mit Höhen, die absolut eine schöne, klare Präsenz darstellen. Mit Mitten, die kraftvoll sind, ist das ein absolut überzeugender Klang. Natürlich gibt es Luft nach oben. Das ist ja auch zu erwarten. Ist natürlich auch immer verstärkerabhängig und so weiter. Aber auch wenn ich jetzt vielleicht in der Vergangenheit nicht so viele Vergleiche hatte, einfach in kurzer Zeit, da ich zwar schon sehr, sehr viele Lautsprecher getestet, also nicht getestet, aber genutzt habe in der Vergangenheit. Allerdings ist das schon lange her. Das waren meistens auch welche in einer deutlich höheren Preisklasse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die hier an der Seite nehme, die etwa das Gleiche kosten, die klingen anders, nicht ganz so Mainstream ausbalanciert, haben zwar in bestimmten Bereichen Vorteile, in bestimmten vielleicht Nachteile. Ein kurzes Test dazu wird es natürlich auch noch geben. Jetzt will ich noch nicht irgendwas hervorwegnehmen. Zum Beispiel, aber was ich locker mal sagen kann, ist, ich habe die Cambridge Audio da gehabt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welches Modell die kosteten. Und das waren Regallautsprecher für 500 Euro. Die konnten hier nicht ansatzweise den Tiefgang bieten, nicht ansatzweise die Details in den Mitten und auch die Brillanz in den Höhen. Also das machen die hier schon deutlich besser. Und gerade fällt mir noch ein, zum Bass habe ich noch nicht so viel gesagt. Natürlich könnt ihr diesen noch um den Subwoofer erweitern, noch mal mehr Bass kriegen. Aber ich gehe meistens davon aus, dass die meisten Leute gerade in der Einstiegsklasse eher Leute sind, die noch in Miete wohnen oder eben in Wohnungen. Und dort könnt ihr die extremen Pegel nicht unbedingt fahren, auch gerade wenn es um den Bass geht. Und da muss ich sagen, spielt dieser problemlos tief genug runter, dass das für Filme, selbst Actionfilme und so weiter, mehr als ausreichend ist. Also ich muss sagen, der hat mir bei Filmen fast mehr Spaß gemacht wie bei Musik, denn es war ein raumfüllendes, spektakuläres, imposantes Erlebnis, gerade nach unten hin. Ich persönlich brauche nicht mehr unbedingt, vielleicht liegt es am Alter, diesen extremen Bass. Ich bin auch bei meinem Heimkinosystem weggekommen von dem, wobei meine Lautsprecher sowieso schon fast die Leistung eines Subwoofers erreichen. Aber auch hier habe ich im Bass nie was bereichert. Natürlich spielt er recht druckvoll und stark, aber eben nicht so weit runter wie ein Subwoofer. Aber für die meisten Leute mehr als ausreichend. Ich kenne Leute, die deutlich Bass-Schwächere haben und schon sagen, das ist ihnen zu viel. Also natürlich wollt ihr deutlich mehr ausreizen, wollt ihr ein richtiges Heimkinosystem, erweitert ihn um einen Subwoofer oder eben kauft euch noch Bass-lastigere Lautsprecher. Aber ich denke mal, das ist nicht nötig. Und das ist eben, muss ich sagen, auch so für 500 Euro schon ein wirklich guter Einstieg. Denn sehen wir mal grob ein Budget von ungefähr 1000 Euro an, dann seid ihr hier eigentlich schon absolut dabei. Ihr zahlt 500 Euro für die Lautsprecher, für einen guten Stereoverstärker wahrscheinlich nochmal so um die 500 Euro und dann habt ihr schon ein komplettes Paket. Allerdings, wenn ihr wisst, ihr wollt nur Stereo, könnt ihr eben auch zu den Aktiven greifen, seid mit 800 schon voll dabei. Ich denke mal, das ist absolut noch im vertretbaren Rahmen und dann möchten jetzt vielleicht einige sagen, ja, aber warum knapp 1000 Euro zahlen für nur ein Stereo-System? Ich bin mittlerweile der Meinung, nachdem ich so lange auch schon Heimkino-Systeme hatte und auch schon einige eben Soundbars getestet habe und auch Heimkino- oder Subwoofer-Satellitensysteme, dass ich lieber einen sehr guten Stereo-Sound habe, als eben einen mittelprächtigen, ja, 7.1 Surrounder oder 500 Euro. Also ihr seid hier mit denen, jeder Soundbar, also im Prinzip jeder, außer sie ist extrem viel teurer mit Subwoofer und so weiter, deutlich überlegen. Ihr seid hier jedem normalen Würfel-Lautsprechersystem deutlich überlegen, einfach weil das hier mehr Klangkultur hat. Natürlich braucht ihr auch mehr Aufstellungsfläche und so weiter, aber ihr werdet meiner Meinung nach als einer, der eben reingehen will in dieses Lautsprecher-Segment, in dieses audiophilere-Segment, seid ihr hier schon mal am Anfang sehr gut aufgehoben und für einige Leute, ich könnte mir das Problem das vorstellen, könnte das schon absolut so das Endgame sein. Für Leute, die eben vom normalen Klang ausgehen, sagen sich, ich will einfach was deutlich Besseres, als ich sonst mit dem Fernseher habe, bei einer Soundbar oder so weiter und ich kann es sowieso nicht voll ausreizen, weil ich entweder nicht wirklich den Hang dazu habe, das auch zu hören oder eben auch den einfach durch die Wohnung bedingt nicht ausnutzen kann, dann reicht das mehr als aus. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt eben hier schon ein paar Monate gehabt, wirklich was für Mist zu meinen habe ich nicht. Natürlich, wenn ich jetzt zu denen zurückgehe, werde ich natürlich merken, was nochmal möglich ist, im Vergleich Bass oder Höhen und so weiter. Aber das war für mich die letzten Monate eigentlich in der Hauptnutzung mehr als zufriedenstellend. Und dann, wenn ich eben ein paar andere sehe, die ich jetzt schon hier hatte, für 500 Euro ist das ein rundes Paket, ein sehr, sehr sauberes Paket und wahrscheinlich fast für mich am wichtigsten, das macht für mich immer einen großen Einfluss, es ist ein eigentlich fehlerfreies Paket. Also, ich habe bei den Höhen nichts zu bemängeln, nichts bei den Mitten zu bemängeln, auch beim Bass nicht, Design nicht, verarbeitungstechnisch nicht. Also, ich denke mal, es gibt kaum mehr Lob von meiner Seite aus, als wenn ich nicht wirklich weiß, was ich hier bemängeln könnte, speziell in dieser Preisklasse. Von daher, es geht mit Sicherheit besser. Aber das müsste ich dann erstmal noch finden und testen. Und wenn wir schon vom Testen reden, wobei ich es ja nicht unbedingt Testen nennen wollte, wenn ihr mehr davon haben wollt, bitte lasst mich in den Kommentaren lesen, lasst mich in den Likes wissen. Falls ich jetzt irgendwas Bestimmtes vergessen habe, kann ich das gerne beim nächsten Mal noch hinzufügen. Denn, wie gesagt, ich wollte es einfach unverständlich halten. Ich wollte auch eben auch nur auf Dinge eingehen, die ich persönlich nur wissen will. Denn mich interessiert es persönlich nicht, was für Treiber da drin sind. Mich interessiert es persönlich nicht. Ich will grob wissen, wie verhält sich der Lautsprecher, wie leicht ist er aufstellbar, wie leicht ist er anzutreiben, wie klingt er grob. Denn aufgrund so eines Videos sollte sich keiner diesen Lautsprecher testen. Er kann ihn sich testen, wäre er bei Teufel ja kein Problem. Da gibt es ja die, glaube ich, 30-Tage-Zurück-Garantie. Aber es geht hier bei solchen Videos eher darum, ob ihr den überhaupt in die nähere Wahl schließen solltet oder bringen solltet. Und da gibt es auf jeden Fall ein absolut positives. Und dabei will ich es auch belassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.